Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Kapitänvorstellung. Heute geht es hier rund um den Takeo Kurita. Es handelt sich um einen japanischen Zerstörerkapitän. Seine Basisfähigkeit ist wahnsinnige Geschwindigkeit, verringert die Ladezeit, das Verbrauchsmaterial Motorboost, was natürlich ganz nett ist, sage ich mal. Ist zwar nicht die geilste Basisinspiration, die ich vielleicht für andere Kapitäne als Inspiration nutzen würde, aber nimmt man doch so gerne mit. Und wir schauen uns auf jeden Fall mal die Skillung an. In der ersten Reihe haben wir Kontakt steht unmittelbar bevor. Dieser verschnellert die Torpedos um zwei Knoten jetzt bei meinem aktuellen Level. Und ja, schnellere Torpedos bei den japanischen Zerstörern, die ja sowieso auf Tarnung ausgelegt sind und ihre Torpedos, ihre Stärken sind sozusagen, ist das natürlich geil. Die Torpedos schneller machen, macht das natürlich schwieriger für die feindlichen Schiffe sozusagen auszuweichen, wenn sie offen sind, was natürlich immer geil ist. Habe ich jetzt hier auch an der Stelle auf jeden Fall genommen. Alternativ hätten wir aufmerksamer Zorn, verkürzt die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Zerstörers und verbessert die Torpedo-Ortung auf Kosten einer verlängerten Ruderstellzeit. Ja, da man quasi mit den aktuellen, den vorhandenen Games sozusagen mit den Zerstörern in der Regel die Hauptbatterie bei den Japanern nicht wirklich einsetzt. Finde ich diesen Skill halt nicht so geil. Wenn es halt irgendwann nochmal vielleicht einen Zerstörer-Split geben sollte, beziehungsweise noch eine zweite japanische Zerstörer-Reihe, wo es denn so Gunboots sozusagen gibt, wo halt die Hauptbewaffung auf jeden Fall stärker ist, könnte man diesen Skill auf jeden Fall nehmen. Aber gerade bei dieser Kagero-Reihe, sage ich mal, dort würde ich auf jeden Fall den ersten Skill nehmen, weil wir brauchen einfach nicht die kürzere Ladezeit. Ist zwar ganz nett, die Guns von der Kagero zum Beispiel sind zwar auch nicht schlecht, sage ich mal, aber ich würde jetzt nicht unbedingt das eintauschen wollen. Von daher in der ersten Reihe nehmen wir hier auf jeden Fall. Kontakt steht unmittelbar bevor. In der zweiten Reihe haben wir einmal Prüfender Blick verbessert die Tarnung des Schiffs, was natürlich geil ist, gerade als Zerstörer und japanischer Zerstörer. Da lebt man natürlich von den Tarnwerten, von daher nehmen wir den hier auf jeden Fall ganz, ganz gerne mit. Prüfender Blick auf jeden Fall ein stärker Skill für Zerstörer, zumindest für die Torpedo-Zerstörer der Japaner. Und alternativ hätten wir sonst noch Mörser erhöht, den durch die Granaten ihres Zerstörers verursachten Schaden auf Kosten einer erhöhten Sichtbarkeit des Schiffes. Das wäre jetzt quasi nochmal das krasse Gegenteil. Hier verbessern wir sozusagen die Tarnung und hier verschlechtern wir die Tarnung sozusagen. Und dadurch, dass wir quasi nur eins von beiden nehmen können, wäre das halt schon ein sehr massiver Unterschied. Und da würde ich auf jeden Fall auch Prüfender Blick nehmen. Wie gesagt, wenn es halt irgendwann nochmal in Zukunft vielleicht die Gunboot-Reihe gibt, da wäre auf jeden Fall Mörser definitiv interessant. Aber für die Kagero-Reihe auf jeden Fall Prüfender Blick. In der dritten Reihe haben wir wieder vorrätig verringert die Ladezeit der Torpedo-Rohre, was natürlich gerade bei der Kagero-Reihe richtig, richtig nice ist. Kürzerer Reload sozusagen der Torpedos. Das sind ja wirklich die Stärken. Und wenn man die einfach nochmal verbessert, nochmal kürzer macht, kann man halt einfach mehr Torpedos raushauen. Das heißt, ihr habt halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Gegner zu treffen, was halt geil ist. Aber wir gucken uns auf jeden Fall auch mal die anderen Skills an, was wir da noch so hätten. Drehen und Anvisieren erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie ihres Zerstörers und zeigt an, in welcher Richtung sich das nächstgelegene gegnerische Schiff befindet. Dieser Skill ist auf jeden Fall auch verdammt stark. Allerdings jetzt nicht unbedingt für die japanische Kagero-Reihe gut geeignet, weil in der Regel ist es natürlich schon sehr, sehr nice zu wissen, wo der nächstgelegene Zerstörer ist sozusagen oder allgemein das nächstgelegene Schiff. Trotzdem würde ich, glaube ich, hier auf jeden Fall mich für den Reload entscheiden. Da man halt in der Regel halt auch einen guten Tarnwert bei den japanischen Zerstörern hat mit der Kagero-Reihe, ist es halt so, dass man in der Regel eh alle anderen gegnerischen Zerstörer outspottet. Und dann ist halt natürlich nochmal das hier so nice to have, aber ich würde mich trotzdem für wieder vorrätig entscheiden. Und zu guter Letzt hätten wir noch Streckenrekord. Erhöht die maximale Reichweite der Hauptbatterie von Zerstörern, sowie die der Sekundärgeschütze aller Schiffstypen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht für die Kagero-Reihe nicht geeignet. Und wenn es halt, wie gesagt, in Zukunft nochmal vielleicht eine alternative Linie geben wird mit japanischen Zerstörern, die halt quasi auf die Kanonen ausgelegt sind. Am PC gibt es das ja schon. Also es ist halt durchaus realistisch, dass es hier auch auf der Konsole vielleicht mal irgendwann kommen sollte. Und ja, da würde ich das halt vielleicht schon ein bisschen anders skillen. Da würde ich dann vielleicht eher so skillen, wenn es quasi die Zerstörer, die zweite Zerstörer-Reihe geben würde mit diesen Kapitänen. Da hat man ja doch deutlich mehr mit der Hauptbatterie zu tun und das ist halt die Stärke. Allerdings bei der aktuellen Kagero-Reihe würde ich auf jeden Fall diese Skillung soweit nutzen. Und ja, wir schauen mal, was wir in der nächsten Reihe hier haben. Wir haben jetzt nochmal Nebel über dem Wasser, erhöht die Einsatzdauer und Wirkungsdauer der Nebelwand. Was natürlich ganz nice ist, also nimmt man natürlich gerne mit. Ist jetzt zwar kein richtig krasser, geiler Skill, aber ist auf jeden Fall ein netter Skill, der in der einen oder anderen Situation doch nützlich sein könnte. Alternativ hätten wir Diffuse-Benommenheit. Verringert die Ladezeit des Verbrauchsmaterials Motorboost auf Kosten einer Verschlechterung des Nebelerzeugers. Das, ähm, ich finde halt allgemein, ich sag mal, Motorboost ist natürlich nice to have, sag ich mal. Aber Nebelboost, finde ich halt, ist einfach das stärkere Verbrauchsmaterial. Und, ähm, dennoch, wenn man das halt vielleicht nur für irgendwelche Sachen nutzt, wenn man halt vielleicht einen Fehler gemacht hat, wenn man aus Versehen aufgegangen ist oder sonstige Sachen, äh, dennoch würde ich mich jetzt nicht, ähm, freiwillig dafür entscheiden, halt die Nebelwand so doll zu verschlechtern, weil, auch wenn die japanischen, äh, Zerstörer der Kagero-Reihe vielleicht nicht die krassesten Gunboote sind, manchmal hat man doch schon die Situation, dass man quasi eine, 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 eine Smoke machen kann und dann wenigstens ein bisschen seine Gans benutzen kann, was halt auch einiges an Schaden machen kann. Von daher, ähm, 20% jetzt hier von der Dauer und Einsatzdauer einzubüßen, halte ich für sehr gewagt und von daher würde ich hier einfach safe Nebel über den Wasser nehmen. Dann kommen wir noch zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal unaufhaltsam verringert die Reparaturzeit des Motors. Auf den letzten Meisterschaftssammel wird bei beschädigten Motor die Beweglichkeit teilweise wiederhergestellt. Das ist natürlich auch ein richtig, richtig starker Skill, gerade auf dem letzten Meisterschaftslevel. Diese teilweise, äh, wiederhergestellte Beweglichkeit, die kann Gold wert sein. Ihr kennt es sicherlich selber, euch wird quasi das Steuergetriebe ausgeschossen. Ihr müsst sozusagen das Schadensbegrenzungsteam nutzen und danach, kurz darauf, wird euch dann der Motor rausgeschossen und ihr könnt halt dann für, ja, 30, 40, 50 Sekunden halt nichts mehr machen außer rumstehen. Könnt noch eine Smoke machen, aber eine Smoke, ne, die Gegner wissen ja, wo ihr steht und dann kommt Torpedos und ihr werdet weggetraubt. Das verhindert sozusagen dieser, ähm, Skill auf jeden Fall und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sicherer, safer Skill, den ich ultra stark finde. Gerade wenn man halt das letzte Meisterschaftslevel schon freigeschaltet hat und, äh, von daher würde ich hier auf jeden Fall unaufhaltsam nehmen. Äh, alternativ hätten wir noch den Leviathan. Erhöht die maximalen Trefferpunkte ihres Zerstörers auf Kosten einer verringerten Höchstgeschwindigkeit. Ähm, ja, das ist halt okay, sage ich mal, aber 2% Trefferpunkte mehr für 3% weniger Geschwindigkeit. Äh, bei der Kagero-Reihe finde ich das jetzt nicht so gut, aber, ja, daher, da auf, ja, unaufhaltsam ist halt einfach so stark. Was soll ich dazu sagen, äh, dass ich das auf jeden Fall nehmen würde. Auch wenn Leviathan vielleicht ganz nett ist in manchen Situationen, würde ich trotzdem hier unaufhaltsam nehmen. Dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, gerade bei der japanischen Kagero-Reihe. Dort bietet sich das natürlich an, nochmal die Verborgenheit, die schon relativ gut ist, einfach runterzusetzen. Und es gibt zwei Kapitäne, die das richtig, richtig gut können als Inspiration. Einmal der Jersey Swirsky, der polnische Kapitän, der verbessert nämlich die Tarnung des Schiffes, egal welche Klasse. Und das ist natürlich nice, man möchte natürlich eine gute Tarnung haben mit den japanischen Torpedo-Zerstörern. Und da nehmen wir hier auf jeden Fall den Jersey Swirsky. Und als zweite Inspiration nehmen wir den guten Erich Bay, den deutschen Kapitän. Dieser macht nämlich die Tarnung des Zerstörers am Allgemeinen besser. Und da wir natürlich hier die japanischen Zerstörer haben, passt das ja sehr gut als Inspiration. Also diese zwei Kapitäne kann ich euch nur als Inspiration empfehlen. Wenn ihr vielleicht eine oder vielleicht beide davon leider noch nicht haben solltet, können wir gerne mal gucken, welchen Kapitän ich da als Alternative noch als Inspiration nehmen würde. Und da schauen wir jetzt mal. Alternativ könntet ihr zum Beispiel noch den Reginald Tyrwhiff nehmen. Dieser verbessert natürlich die Ladezeit eurer Torpedo-Werfer nochmal. Was natürlich gerade bei den japanischen Zerstörern der Kageru-Reihe richtig nice ist. Kürzerer Reload, einfach mehr Torpedos. Und als zweiten Punkt sogar noch einmal Risiko eines Ausfalls des Steuergetriebes geht runter. Also auch wirklich noch eine starke Inspiration. Ihr habt natürlich dann, wenn ihr diesen nehmt, einen schlechteren Tarnwert. Aber dennoch ist der auf jeden Fall zu empfehlen, wie ich finde. Alternativ könnt ihr zum Beispiel hier auch den guten William Sims nehmen. Dieser macht euch nämlich nochmal ein bisschen tankiger oder gibt euch einfach mehr Leben, mehr Trefferpunkte. Dieser gibt euch nämlich Pro-Schiff-Stufe, was natürlich dann auf den High-Tier-Stufen am nützlichsten ist. Sozusagen halt eine bestimmte HP-Zahl oder Trefferpunkt-Zahl dazu. Was natürlich auch einfach geil ist, um länger zu überleben. So, und das war es dann auch schon wieder. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier den guten Takeo Kurita mal durchgenommen. Und ich finde das auf jeden Fall ein ganz netter Zerstörer. Gerade wenn vielleicht auch noch irgendwann mal in Zukunft die Gunboot-Reihe der Japaner reinkommt. Das ist natürlich die Skillung, wie ich hier jetzt reingemacht habe. Für die aktuelle Kagero-Reihe, die ich dann nehmen würde. Aber da kann man auf jeden Fall für die Gunboote nochmal ein bisschen umstellen, definitiv. Und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall helfen. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr diesen Kollegen hier geskillt habt. Eure eigene Meinung. Was würdet ihr vielleicht anders machen und aus welchem Grund vor allem. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich freuen. Ein Abo wäre spitze. Schaut auf meinen Kanal. Dort gibt es noch ganz, ganz viele andere Kapitänskillungen. Wenn ihr einen bestimmten Kapitän sehen wollt, werdet ihr da bestimmt fündig. Oder zumindest in Zukunft. Es kommen immer noch Videos dazu. Keine Sorge. Und wir sehen uns denn, würde ich sagen. Beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.